m kein Plan die Leute das Spiel ist vom Ganzen her echt wunderschöner aber mein Hirn ist ganz klar überfordert von dem Spiel also ich weiß auch nicht warum die Forschung ist es so schwer ist eigentlich das ist daran so kompliziert ist ist muss halt sehr viel damit spielen irgendwie mit dem ganzen was da so drinnen los ist aber boah der Pi ist nicht das ist eigentlich kapiert er hat er jetzt den Schlüssel mal geholt vollhorst nein natürlich nicht und Spaß es ist zu dumm zum kacken oder was macht nix ich hab keine Ahnung ob der denn jetzt hat äh das ist nein warum holst du diesen Dreckschlüssel nicht du spaßt Alter auf mich zu ärgern Pisser kommt man hier auch irgendwie rauf doch klar kommt man hier rauf haha ja toll aber ohne Schlüssel bringt es mir jetzt recht wenig ne meine Fresse ey ficken älter ohne Witz das ist richtig richtig ätzend grad oh boi oh boi Schneller Los Hopp 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 Alten Mann um nur kurz zwischen im Vorhalten er ist das für eine Scheiße ohne Witz es macht kein Spaß so sollte Spaß machen hallo zu dumm oder so mein Gott komische Wolke da würde ich haben ich möchte der bitte gerne hoch dumm 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 genau die möchte ich eigentlich gerne haben diese Wolke das ist haben aber ich möchte halt mit der da bitte rankommen an diesen genau nein mein Gott alter ist es ein krampf oder ist es ein krampf also wo auch ich bin erstaunt dass ich überhaupt schon so viele Teile gefunden haben wir fehlen ja nur noch vier hier hallo nein von zwölf da muss ich noch rankommen irgendwie wie das hier mal klappen würde mit dem Mist das ist kümmern das gehen so wirklich nicht die irgendwie einen anderen Rhythmus teilweise oder die kommt immer so super schnell die warten aber auch nicht irgendwie mal groß das ist so scheiße es macht absolut keinen Spaß gerade ich glaube jetzt hier einfach mal bis hier hinten hin spüren mal ein bisschen und hoffe dass das dann die Erleuchtung bringt hier ist irgendwie alles nichts oh man alter ich weiß nicht an welcher Stelle er da gerade ist Alter heul man nicht rum du scheiß boah wieso ist der denn so sensibel das gibt es ja gar nicht weil er was in die Schuhe beißt oder was oh man ey hier zwischen müsste doch eigentlich ohne problem kommen kann man hier zwischen stehen nein kann man nicht hier so ne ok es geht nicht fuck alter wie sollte es bloß gehen mal ohne Witz so hallo man alter so und jetzt hallo guckst du pisst wie immer wieder so bleib jetzt hier mal so stehen ganz am Rand Moment vielleicht muss ich das einfach nicht oben drauf machen das kann sein dass das vielleicht besser ist dass ich dann hier praktisch lang lauf so so und jetzt das war ein bisschen zu weit und jetzt yes ich glaube das hat geklappt kann das sein yes yes ja es hat geklappt wundervoll warum bin ich nicht gleich auf diese super tolle Idee gekommen warum nicht ich weiß es nicht aber es ist auch egal ich habe es nun ich werde jetzt von der Seite hier reingehen einfach weil ich es kann einfach weil ich cool bin oh man du 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 dumm 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 zum 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 was zum teufel was was es ist mich ohne oder was ist so jetzt habe ich den wir wollen nur einfach weil ich es kann alter einfach weil ich es kann man an ich so dermaßen gut bin für gut der haben zack noch drei verkackte teile dann haben wir dieses level hier komplett abgeschlossen lounge begleitung okay hier fehlen mir noch sachen was zum hast du kein bockchen mit hoch zu kommen doch nee was okay scheint muss ich mit ihm hier arbeiten so das geht alles noch hm was genau habe ich jetzt davon der soll mir den jahr gott was ist das für ein level und jetzt diese zwei puzzle teile habe ich jetzt schon gesehen das ist schon wieder ein bisschen tricky wie es scheint so mein freund so mein freund ist bringen mir her die 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 ne okay also wie geht es nicht so wie ich mir das vorstelle es muss okay mit dem komischen fisch ist der mit sie her bringt darf ich den nicht töten bitte was hey hallo warum kriege ich diesen beschissenen schlüssel nicht einfach so von diesem spasten ohne den zu besiegen warum nicht verstehe ich nicht komm her zu deb was soll der scheiß alter lass mich verarschen ja du bitch da möchte ich aber eigentlich gar nicht rein ich möchte hier hinten hin ich weiß nicht wie das ich muss ja durch die tür durch ich verstehe es nicht und zu tun eindeutig zu tun das ist ja alles schön und gut so aber ist ja alles schön das ist ja alles schön und zu tun